Eklat bei Bares für Rares, Händlerin sorgt für Entsetzen bei den Kollegen. Bei Bares für Rares möchte eine Verkäuferin zwei Ringe loswerden. Einer Händlerin gefallen die Schmuckstücke so sehr, dass sie etwas recht Unübliches macht. Sonia Lechner, 34, aus Kirchweidach in Bayern ist mit zwei ungewöhnlichen Ringen in die heiligen Trödelhallen des Polheimer Waldzwerks bei Köln gekommen. Die gehörten der Schwester meiner Uroma, gibt die Verkäuferin gegenüber Moderator Horst Lichter, 62, Preis. Mehr wisse sie allerdings nicht über die Schmuckstücke.Sehr üppige Ringe, unglaublich, findet Expertin Heide Rezepa Zabel, 58. Sie beginnt mit dem Relief Brillant Ring aus Weißgold, in den weiße Diamanten in Blumenform eingefasst sind. Man erkennt ein angelegtes Beet, das ist sehr, sehr prachtvoll, zeigt sich die Kunsthistorikerin begeistert. Der Ring stamme aus den 30er Jahren, der mittlere Diamant habe über ein Karat. Auch der zweite Ring aus Gelbgold sei sehr prunkvoll und schillernd gearbeitet. Der Rubin sei allerdings synthetisch hergestellt. Sehr pompös, der macht am Finger ordentlich was her, schwärmt sie. Bares für Rares, kann Expertin Heide Rezepa Zabel dem Wunschpreis zustimmen? Die 34-jährige Kandidatin möchte 1000 Euro pro Ring haben. Kann die Expertin dem zustimmen? Beim Goldring ist die 58-Jährige damit nicht einverstanden. Aufgrund des künstlich hergestellten Steins liegt ihr Schätzpreis bei 800 bis 900 Euro. Den Weiß-Goldring taxiert sie jedoch weit höher, nämlich auf 1800 bis 2000 Euro. Somit sind für die beiden Stücke 2600 bis 2900 Euro drin. Im Händlerraum zeigt sich Elisabeth Nüdling, 44, sofort begeistert von den Ringen. Das ist gewaltig, schießt es aus ihr raus. Der 44-Jährigen ist anzumerken, dass sie die beiden Schmuckstücke haben will und sorgt für Entsetzen bei den Kollegen. Denn die Kunsthändlerin startet mit einem satten Gebot von 3000 Euro. Eigentlich ist es nicht üblich, mit so einem deftigen Gebot zu starten. Der Händlerin ist es aber egal und pfeift auf alle Konventionen. Doch Markus Wildhagen, 58, geht mit und überbietet Nüdling um 500 Euro. Aber die lässt sich nicht beirren und legt nochmals 100 Euro drauf. Das ist zu viel des Guten für den 58-Jährigen, weshalb er aussteigt. Somit sichert sich Elisabeth Nüdling die beiden Ringe für 3600 Euro, und das, obwohl sie mit einem Regelbruch ihre Kollegen hat alt aussehen lassen. Bares für Rares läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek. Böser Reinfall bei Bares für Rares, Experte entlarvt reisten Betrug, Ehepaar bricht ab. Köln, ein Ehepaar hofft bei Bares für Rares auf eine kräftige Finanzspritze. Doch dann wird's plötzlich bitter. Während der Expertise kommt der ganze Schwindel ans Licht. Ausrufezeichen.Rosemarie und Bodo Blasch wollen in der beliebten ZDF-Show einen neuen Besitzer für ihren Silberschatz finden. Die beiden Verkäufer haben bei ihrem Besuch im Polheimer Waldzwerk bei Köln ein englisches Café und Teeservice mitgebracht. Das habe ich in Erfurt bei einem Trödler gesehen, verrät Bodo gegenüber Moderator Horst Lichter, 62. 5000 DM sollte das Konvolut ursprünglich kosten, doch dem Hobby-Imker gelang es, den Preis auf 3500 DM herunter zu handeln. Das ist jetzt 30 Jahre her Ausrufezeichen.Punkt hergestellt wurde das Service in England, wie Experte Albert Meyer, 74, weiß, und zwar von der Firma Elkin G.T.O.N. aus Birmingham. Als Datum nennt er das Jahr 1848. Plötzlich grätscht Lichter dazwischen. Albert, mir fehlen ein paar Punzen, merkt der Gastgeber kritisch an. Der Sachverständige wirft daraufhin einen Blick auf die Unterseite der Kaffeekanne und muss den Verdacht bestätigen, der schreit Ende Löwe fehlt. Und das ist die Silberpunze. Familie Blasch ahnt bereits Böses und erhält schließlich Gewissheit, das ist kein Silber. Jahrelang sind Rosemarie und Bodo davon ausgegangen, einen kleinen Silberschatz in ihrer Vitrine zu haben, der sich nun als dreister Betrug des Trödelhändlers herausstellt. Das erklärt wohl auch den wohlwollenden Preisnachlass von 1500 D-Mark. Als Horst Lichter den wahren Wert erfährt, möchte er zum Schnaps greifen. Es ist Messing, wahrscheinlich. Messing versilbert, betont Meyer, nachdem der erste Schock verraucht ist. Den Gesamtzustand des Geschirrs bewertet er immerhin als sehr gut. Allerdings sei der Silberüberzug inzwischen praktisch wehg. Trotz aller Hiobsbotschaften erkundigt sich Lichter mit einem ganz fiesen Grummeln im Bauch nach dem Wunschpreis. Wir hatten an 4000 gedacht, enthüllt Bodo. Das wird ja ein bisschen viel sein, da gehen wir mal ungefähr auf 2000 runter, Punkt. Doch selbst diese Summe ist noch deutlich zu hoch gegriffen. Albert Meyer hält maximal 800 bis 1000 Euro für realistisch. Eigentlich bräuchten wir jetzt nen Schnaps. Fast Horst Lichter die Situation treffen zusammen. Mit einem gequälten Lächeln hakt der Verkäufer zerknirscht nach. Einen? Bevor tatsächlich noch Alkohol ausgeschenkt wird, entschließt sich das Verkäufer-Ehepaar dazu, den Auftritt in der ZDF-Drödel-Show abzubrechen. Für 1000 Euro wollen sie ihr Service nicht verscherbeln. Es soll zurück in die Vitrine. Bares für Rares läuft von Montags bis Freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek. Den Haar-Ehepaar